moin aus hamburg herzlich willkommen zum wochenrückblick was für eine woche wir haben zinssenkung in amerika gehabt und zwar war es ja anfang der woche ganz spontan sind die prognosen hochgegangen glaube ich 61 prozent wurden dann taxiert dass es eine große zinssenkung gibt also 0,5 der markt hat bei dieser zinssenkung kurzfristig mit erstmal nach oben reagiert dann ist er gefallen aber am nächsten tag am donnerstag sehen wir hier ist das wie eine rakete wir haben überall fast all time highs erreicht ja und heute am diesem freitag wo großer verfallstag ist es ist freitag ich mache die aufzeichnung um 13 uhr 14 sehen wir dass der markt ein wenig tiefer gelaufen ist ab montag geht dann ganz normal die reise wieder los ich möchte euch mit euch heute gerne einmal die trades der woche durchsprechen es war für uns eine kurzfristige woche von den live trades warum an der zinsentscheidung also am mittwoch haben wir nicht getradet am freitag heute treten wir auch nicht live weil an solchen events da treten wir prinzipiell aus tradition nicht live sondern wechseln denn in den übungs modus in demo modus ja trotzdem hatten wir tolle trades gehabt und wir starten wie immer mit den vier stunden setups und hier möchte ich gerne noch mal den hinweis einlegen für alle swinger ja die swing trading mit uns gemeinsam traden achtet bitte auf das erst signal achtet bitte auf die uhrzeiten das ist essentiell wichtig für diese strategie starten wir mit dem ersten trade usd kanadisch dollar usd kanadisch dollar ist in den gewinn gelaufen ich hole mal unser order history indikator dann sieht man das glaube ich sehr sehr gut doppelklick rein da sehen wir wir haben zwei trades gemacht einmal ein etwas ja längeren trade und ich gehe mal auf den vier stunden chart so soll das ja im original auch sein einmal hier der hat so ein bisschen zeit gebraucht dann sind wir noch kurz vor der zinssenkung rausgekommen mit gewinn und dann der zweite trade hier meine damen und herren usd cut sehen sie hier diese lange kerze und wir sind hier raus für die die aber zu spät waren und nicht punkt elf uhr traden und denken sich ja auch komm ich mache mal sieben minuten zehn minuten später die sind natürlich noch nicht in den gewinn weil sie dann tiefer eingestiegen sind deswegen auch hier ist das timing ganz ganz wichtig dass man wenn man synchron schwimmt wirklich auch die uhrzeit einhält und ihr seht der markt hat danach nachdem unser gewinnziel erreicht hat auch erst mal wieder nach oben gedreht der nächste markt meine damen und herren war britisch und kanadisch dollar bevor ich darauf gehe immer 0,1 prozent vom depot ja und unser wochenziel ist ja nach wie vor ein halbes prozent damit wir die zwei prozent in der woche erreichen thema zwei prozent ich habe mit dem trader sascha gesprochen der hat zwei prozent was unser monatsergebnis in dieser woche im nachmittags in der nachmittags session in den amerikanischen märkten erwirtschaftet britisch fund yen war der nächste trade hier sehr schön zu sehen das original signal wir haben hier unten die sonne und wir sind direkt dort in den gewinn gelaufen jetzt wechseln wir die disziplin und gehen in die swings rein so swing trading ja und hier gehe ich rein in einen etwas älteren trade der lange gebraucht hat aber endlich in den gewinn gelaufen ist nämlich britisch fund japanisch yen auch hier gehe ich einmal auf die tagesset up und dann sehen wir hier unten lag der stop loss da war unser long trade bei diesem trade ist das schöne gewesen dass wir für die wartezeit von der börse bezahlt bekommen das heißt wir haben zinsen gekriegt plus der trade hat denn hier seinen ausbruch gefunden ansonsten hatten wir einige box trades die wir platziert haben wir haben aber auch ein box trade ich zeige euch den mal so ein box trade haben wir auch gestoppt ja an den dienstag am 17 weil der markt hier sehr ruhig gelaufen ist das habe ich mache ich sonst normalerweise nicht sonst lasse ich normalerweise den trade laufen und ihr seht da wer der trade auch weiter nach unten gelaufen und spätestens nach oben ja es war also die anfangszeit die eröffnung war diese woche ein bisschen schwieriger als normal aber das sehen wir heute an dem verfallstag der trade ist dauerung hier in den tp gelaufen generell wir haben big numbers diese woche getradet wir sehen es hier den trade wir haben vola boxen getradet und wir haben die markteröffnung getradet ich wünsche euch allen summa so warum haben wir dieses halbe prozent erreicht ich wünsche euch allen ein schönes wochenende ich freue mich auf die nächste woche und wir haben wieder den fokus auf rekordstände wir haben und ich bin gespannt nach dem verfallstag wie sich der markt am montag positioniert wir sehen es ja wieder wir haben 18.800 in tiefgarten bis dahin bleibt gesund erholsam ist wochenende und wir hören uns montag im live trading raum um 8 uhr 25 vielen vielen dank dauern bitch mi le違 leid sie Untertitelung des ZDF, 2020